Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum DAX-Check. Heute ist der Dienstag. Die Vorgaben aus Amerika sind nicht gut und die aus Asien nicht viel besser. Und entsprechend wird der DAX wahrscheinlich die 13.000 immer weiter entfernt sehen. Wir sehen den Schlusskurs von gestern, 12.832 Zähler. Die Indikationen sehen einen Stand von 12.740 Punkten vor. Das geht noch, sage ich mal, angesichts der schwachen Vorgaben. Auch in Asien, wie gesagt, der Nikkei und der Hang Seng sind über 1,5 Prozent an Wert verloren. Und das heißt für uns, wie gesagt, wir sind an dem Widerstand von 13.000 abgeprallt und es droht ein neuer Anlauf in Richtung Alte Tiefs. Das muss man einfach befürchten, nachdem, wie gesagt, wir es nicht geschafft haben, in diese Handelsspanne zwischen 13.000 und 13.500 Punkten zurückzukehren. Es droht auch wieder eine Rückkehr in diesen Abwärtstrend, den wir eben seit Anfang Juni noch steiler sehen als eben seit Beginn des Jahres. Und wir schauen mal auf die, auf den längerfristigen Chart. Der müsste auch angelegt sein, nachdem wir die 12.750 sehen, wie erwartet. Schauen wir mal auf den längerfristigen und da sehen wir eben dieses Doppeltief im Bereich von 12.400 Punkten. Und ja, man muss eben Ende 2020 zurückgehen, hier im Bereich 11.400. Also ein Risiko von weiteren 1.000 Punkten Kursverlust, wenn wir eben diese Unterstützung unterschreiben. Und im Moment, ja, bespricht eben nicht sehr viel, eben aus diesem Abwärtstrend auszubrechen. Hier nochmal sehr schön zu sehen, wie dieser Abwärtstrend an Dynamik gewonnen hat. Ja, und wenn man sich den Euro anschaut, wie schwach der ist, heute noch ganz wichtig, ZEW, Konjunkturerwartungen vor allem, die dürften auch nicht besonders rosig ausfallen angesichts der Inflation. Ja, es ist eine schwierige Zeit, ganz klar. Und da ist es auch, erste Devise, Geld erstmal zusammenhalten, um dann für einen neuen Aufschwung, wann auch immer der jetzt dann kommt, gerüstet zu sein. Wir halten uns zurück mit irgendwelchen Long-Positionen. Das ist im Moment sehr, sehr riskant. Und deswegen, ja, beobachten wir die Situation von der Seitenlinie aus. Ich wünsche Ihnen trotzdem gute Kurse und würde mich freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. Machen Sie es gut.